Wir stehen hier vor dem Reflex von Hazeil im Kompakt, dem neuen kompressorgesteuerten Druckhaltesystem von Reflex. Wir setzen hier auf ein bewährtes Druckhalteprinzip mittels Kompressor. Durch diesen Kompressor und das Druckpolster im Gefäß wird die Druckschwankung im Heiz- oder Kühlsystem in sehr engen Grenzen gehalten und ich habe so sehr wenig Einfluss auf die anderen Komponenten, die sich im Heizsystem befinden. Zudem ist die Funktion in Heiz- und Kühlkreisläufen dahingehend optimiert worden, dass wir nun auch im geräuscharmen Betrieb arbeiten können. Das heißt, der Kompressor ist neu konzipiert worden. Wir setzen hier auf ein neuartiges Schalldämmkonzept, so wie für den Kompressor selber als auch für die Druckluft, die abgelassen wird. Später kann man sogar auf die bewährte Steuerung zurückgreifen, die mit allen gängigen Kommunikationsmethoden, Modbus etc. kompatibel ist, um so die Gebäudeleittechnik fachgerecht anzubinden. Der Reflex Marz Silent Compact ist so konzipiert, dass es eine easy Plug-and-Play-Lösung ist. Das heißt, er wird steckerfertig auf die Baustelle geliefert und kann dort ganz leicht einfach stromseitig und wasserseitig angeschlossen werden und ist nach Inbetriebnahme sofort funktionsbereit. Das heißt, er wird steckerfertig auf die Baustelle geliefertig auf die Baustelle geliefertig auf die Baustelle.